Tom, Tom, na gut, wir sind jetzt unterwegs, bitte sei so lieb und benimm dich diesmal. Mann, ich kann das auch alleine, ich brauch keinen Babysitter. Ihr seid doch nur ein paar Stunden weg, ich kann doch einfach weiter fernsehen. Wir haben das schon so oft besprochen und es kommt nicht in Frage. Du wirst hier nicht alleine vor der Kiste hocken und fernsehen. Wir gehen aus, der Babysitter kommt und so läuft es. Na toll, das ist so ungerecht. Hallo, komm rein. Ähm, wir sind etwas spät dran, also fühl dich wie zu Hause. Tom ist in seinem Zimmer. Viel Spaß. Okay, kein Problem. Tschüss. Ach, was? Heute ist Champions League und die haben keinen Sportsender? Was war der einzige Grund, hier rüber zu kommen? Was, was mach ich jetzt nur? Und was ist das? Playmobil Future Planet. Spielzeug. Spielzeug. Na ja, ich schaue es mir mal an. Ich schaue es mir mal an. E-Ranger Tom Typhoon im Anflug auf Future Base. Erbitte Landererlaubnis. Roger, Erlaubnis erteilt. Landelichter aktivieren. Beeil dich, Tom Typhoon. Dringende Lagebesprechung in der Future Base um 3 Uhr. Lagebesprechung? Da pfeife ich drauf. Hier ist mein Plan. Wir greifen die Darkstars an und vertreiben sie von dem Planeten. Oh nein! Darkstar-Fahrzeug nähert sich! Unsere Spione melden, dass Tom Typhoon zurück ist. Jetzt ist unsere Chance, ihn festzunehmen. Angriff in 5 Minuten. Darkstars Kampfmodus aktivieren. Und vergesst nicht, Darkstars. Sobald wir Tom Typhoon und den Energiestein der E-Rangers haben, werden wir über den Planeten herrschen. Neuigkeiten von der Future Base. Die E-Rangers haben sich ergeben. Los, holt euch ihren Energiestein. Der Energiestein ist unser. Die Future Base ist deaktiviert. Das war's! Mua! Hey, was machst du da? Ähm, ich teste deine neuen Future Planet Sachen. Machst du mit? Und was ist mit meinen Eltern? Ich soll doch im Bett sein. Naja, wenn du ihnen nichts sagst? Na gut, aber ich nenn die Darkstars! Okay. Bereit? Bereit! Bereit! Gleich hab ich dich! Getroffen! Oh Mann! Ha! Du Anfänger! Ich hol mir deine Energiesteine! Ha! Ich hol mir deine! Meine Eltern sind zurück! Und hier sieht's aus! Das gibt einen Mordsärger! Was zum Teufel ist hier los? Tom! Du solltest doch im Bett sein! Nach oben! Sofort! Schau dir die Unordnung an! Überall Future Planet Kram! Du solltest die Sachen doch nicht vor morgen öffnen! Aber ich war das nicht! Tom, hör auf deine Mutter! Ab nach oben! Jetzt! Das war ich nicht! Das war der Babysitter! Das klären wir später! Ha! Tut mir echt leid. Man lässt Tom nur 5 Minuten allein und es gibt ein riesen Chaos. Nein, ganz im Ernst! Wirklich! Das geht okay! Nächste Woche gleiche Zeit! Wirklich! Untertitelung des ZDF, 2020